Für unsere Schreiberei suchen wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die aufgeschlossen sind, Spaß bei der Arbeit haben und vor allem auch das gastronomische Herz am richtigen Fleck besitzen. Die Schreiberei möchten wir zu einem Lieblingsort nicht nur für Münchnerinnen und Münchner, sondern letztendlich auch für den internationalen Goumetouristen machen. Für mich bedeutet die Schreiberei einen Ort des Treffpunkts für Jung und Alt, ein Treffpunkt kosmopolitisch. In der Schreiberei erwartet euch eine kulinarische DNA, die, ich würde mal sagen, eine Art von Unplugged-Küche darstellt, straight zubereitet. Wir sind sehr aufgeschlossen, sind ein internationales Team, beherrschen mehrere Sprachen und von daher freuen wir uns auf neuen Sound innerhalb der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es müssen Menschen sein, die Spaß an Menschen selber haben. Das ist das Allerwichtigste, die Menschen kennenzulernen, Freude an den Menschen zu haben und vor allen Dingen auch mit Essen und Trinken sich vereinen können. Und das ist der Spirit, was wir suchen an den Menschen internationaler Art. Wir haben natürlich auch eine ganz große Leidenschaft für das perfekte Handwerk. Man kann das alles auch in einem kurzen Statement zusammenfassen, nämlich keine Kompromisse. So here we go.